So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Frostpunk im Endlosmodus. Es müsste der fünfte Tag sein. Ja, und wir haben, was für eine Uhrzeit, 21 Uhr im Spiel. Wie konnte ich hier die... Ah, so. Okay, ähm, was haben wir aktuell für Aufträge? Überlebe den ersten Sturm. Okay, hier wird es bald wärmer. Ich guck mal kurz. Dampfstufe ist auf 1. Ähm, kühl. Komm. Da haben wir schon Dampfstufe 2. Komm, kann man Overdrive anmachen hier wohl. Kohle haben wir ja aktuell genug. Ah, Signalstation gebaut. Na, super. Super. Okay, wo, wo hatte ich die gebaut denn? Hier. Speer. Möchte ich ein paar einstellen. Geht wohl gerade nicht. Fehlt an Holz und an Arbeitern. Gut, dann erst mal noch keine Signalstation. Hatten wir hier irgendwas? Werkstatt kühl. Was ist das? Kampfarena. Ich hab keine Ahnung, was ich alles gebaut hab bisher. Hier hinten wird Kohle gefördert. Wir haben hier das Segelwerk. Sehr gut. Kohle. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Kohle vorkommen. Haben wir schon Kohle-Generator. Höchstwahrscheinlich noch nicht Rohstoffe. Kohle-Generator. Nee, müssen wir noch machen. Scheiße. Gut. Reisbretter wird gerade erforscht. Äh. Erforscht. Ach, die Felsen, die stören mich echt hier. Das hätte ich nicht erwartet. So. Haben wir ein Krankenhaus? Das war doch das Krankenhaus. Außer Betrieb. Warum? Arbeiterpatienten. Kann nicht arbeiten. Zuhause kann nicht arbeiten. Wollt ihr mich denn alle maximal so jetzt kann nicht arbeiten. Auf dem Weg zur Arbeit. Los. Geht auf Arbeit. Wo kommen wir denn da hin? Kranke. Erstmal schauen. Hier war Essen. Außer Betrieb. Warum außer Betrieb? Ach, zu kalt zum Arbeiten. Okay. Shit. Daran habe ich nicht gedacht. Moorstoffe. Nahrungsmittel. Das sind dort Einwohner. Friedhof. Kampf. Arena. Scheiße. Okay, das habe ich überschätzt. Aber jetzt wird es wärmer. Ich mache mal hier ein bisschen schneller. Wir gehen hier an die Arbeit. Ja, geht mal. So. Jetzt sollten wir gleich ein bisschen Holz bekommen. Es Taut wieder. Das finde ich gut. Dann machen wir mal Overdrive aus. So. Wir haben immer noch kein... Oh, hier ist Gesetzbuch. Können wir uns was raussuchen? Machen wir mal Kinderarbeit, Eilerarbeit, Notfallschicht, Schnaps, Freudenhaus, Freudenhaus, Pflegeheim. Ach komm, das ist Kinderarbeit für alle. Die Hoffnung sinkt und zufrieden. Ja, ist mir egal. Das ist für uns günstiger mit Einteilen der Leute. So, komm, komm, komm. Was fehlt hier? Fünf Arbeiter. Hab ich irgendwas verpasst? Warum? Demontieren Haus an Holz. Wir haben Holz. Ist das nicht an die Straße angeschlossen? ist hier jemand gestorben? Fünf Arbeiter. Ach so, jetzt steigt der Ballon hoch. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. dachte ich schon, ich habe irgendwelche Scheiße gebaut hier. Ich war noch nicht. Krank zu werden. Wenn wenn ich hier keine mache. Wüssten doch hier genug da sein. Karge gewrorene Koloss. Komm, erst mal hierhin und zurück. Jetzt hier maximal fünf. ein paar Kinder noch rein. Da haben wir noch zehn Leute übrig. Da würde ich sagen, das war eine Werkstadt. Das war das komische Ding. Wir versuchen mal noch. Kampfzentrum, Signalstation, Speisehaus, Jagdhütte. Oh, Nahrungsmittel sieht ja echt mies aus. Nahrungsmittel. Oh, oh. Jagdhütte. Sind fünftien Leute drinnen. Scheiße. Ähm, ich brauche mal noch eine zweite Jagdhütte. Wohin? Komm, alle mit an den Strang. Hier können wir eine Forschung uns raussuchen. Generatorleistung, Reichweite. In dem Klappe, Reichweite. Oder Nahrungsmittel, Treibhaus. Was würde das kosten? Holz und Stahl. Komm, ähm, wobei, äh, bo, bo, bo. Kohlegenerator. Lernen wir erst mal das. Scheiße. Komplett unterschätzt. Gut. Ja. Kriege ich da Leute hin oder ist das zu weit weg? Habe ich sonst noch irgendwo was? Hier, Holzkisten, Kohle, Holz. Komm, dann. Maximal, 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 maximal. Au, das, das wird ein bisschen weit. Ah, komm. Wir machen hier erst mal noch ein paar mehr Straßen hin. Warum habe ich den Kohlegenerator so scheiße gestellt? Nein. Niemand weiß es. So. Nicht genug Holz ist egal. Auch nicht genug Holz. So, wir beschleunigen mal ein bisschen. Achso, solange ich im Baumenü bin, tut sich nichts. Kommt, kommt, kommt. Hier setzen sie sich in Bewegung. Oh, hier wird es dann kälter. Okay, da muss ich dann echt Generator Reichweite haben. Geht nicht anders. Jetzt aber erst mal die Straße noch bauen. Die, wo weit die Klaufe für den Arsch ist, denn das ist die Jagdhütte, da laufen glaube ich fast nie Leute lang. So, jetzt auch die Straße mal hier noch. So, wie sah es hier aus? Oh, hier habe ich auch nicht gerade viel Straße gebaut. Arbeit endet. Los, ab nach Hause. Okay, die Jäger gehen. Heute Isolierung geschlossen. Geschlossen, um die die Tageszeit. Taxi wird geschlossen. Ähm, ja gut. Ah doch, ich habe doch hier genug Essen. Oh Mann. Warum habe ich die Jagdhütte gebaut? Ach Gott, oh Gott, ich bin blöd. Das sind Jäger hier. Speer sind unterwegs. Hier sieht alles schön warm aus. Neuen Kranke auch okay. Rohstoff Depot Friedhof Signalstation Rohjagdhütte hier ist auch niemand mehr. Äh, das Ding könnte ich eigentlich weg machen, die Sammelstelle. So, Tempo lassen wir mal wieder ein bisschen schneller laufen. Die wollen schon wieder auf Arbeit. Okay, die haben auch einen echt langen Weg. So, jetzt baue ich mal ganz schnell hier hinten noch die Straße rum. Hier zu, hier zu und hier reicht's schon wieder nicht. Die kämpfen sich hier echt durch den Schnee. Respekt. Oh, und ich kann was Neues raussuchen. Jetzt, ähm, generatorreiche nicht weit unter fehlt an Holz. Ja, scheiße. Dann wollte ich Holz hier für die Verlängerung nutzen. Komm, komm, kommt, ich brauche Holz. generatorreiche weite start. So, dann geht's weiter. Ähm, hier hinten machen wir zu. Da ist auch noch eine Jagdhütte hier. Weiß ich gar nicht. So. Okay, da sehe ich einen mieser Weg. Noch mal so. Kleines bisschen Weg. Rohstoffe. Kohlegenerator. Würde hierhin passen? Da leider nicht. Okay, machen wir hierhin. Ziemlich nah an unserer Hauptlager. Ich meine, die Leute mal ein bisschen fleißig sein. So. Straßen werden gebaut. Jetzt werde ich mal hier wieder Tempo rausnehmen. Metall. Na ja, wird noch fleißig gesammelt. Generator Dings erforscht. Okay. Generator Leistung. Komm, wir machen Heizkörper erstmal. Hier, keine, keine, keine. Stattdessen kommt ihr nachher hier den Kohle Generator rein. Heizkörper Heizkörper ist jetzt echt wichtig, dass wir danach gehen. Dann können wir auf den Arbeitsplätzen der Leute die Heizung anschalten, werden sie nicht gleich sofort krank. hier machen wir mal noch eine Verbindung. Hier. Straßen, dass ihr keine kalten Füße bekommt. So. Maximal. Maximal. Kohlegenerator. Kohle ist uns, äh, Holz ist uns rausgegangen. Oh shit. Ja, noch ein bisschen Holz da. Oha, das wird ja echt weniger. Hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Und eventuell müsste ich dann im Sägewerk noch weiter nach vorn rücken. Wie spät ist es Uhrzeit 21 Uhr. Das dauert noch ein bisschen. Ich folge es auch erst 19 Minuten lang. Da können wir auch noch vielleicht so eine Minute machen. Zu kurz will ich dann die Videos auch nicht. Späher haben was entdeckt. erstmal schnell zu spären. Gucken wir mal. Ein besonderer Ort im Frostland hier kennen wir Zwegefunk und bla bla erforschen. Neuer Orientierungspunkt kargesenker Entdeckte Orte Zerstörte Fahrzeuge Zerstörte Unterkünfte Gehe weiter Ähm Was ist Tagebuch Lesen Also Zerstörtes Fahrzeug Unterkünfte Komm Zerstörte Unterkünfte Schauen wir mal Vielleicht finden wir noch ein paar Leute Je mehr desto besser Und wir haben hier schon wieder eine neue Forschung Machen Machen wir hier mal Freudenhaus Verstattungszeremonie Friedhof Zusatzration für Kranke Komm warum nicht Unterzeichnen So Essen haben wir genug Da kriegen wir die Kranken ein bisschen mehr zu essen Fünf Leute hätten wir noch in der Hinterhand für Arbeiten Die Holzkisten lassen wir erst mal Stahl Und jetzt auch nicht so dringend wobeikommen Ingenieure Ab dafür Hier in der Werkstatt sind ja fünf drin Ja So Und jetzt wird ein Heizkörper erforscht das Heizkörper 6% Wir sind noch nicht ganz fertig Schade Wir brauchen dringend Holz Stahl Ach komm keine hier rein dann lieber fünf hier in die Holzkisten Der ist wohl wieder nach draußen unterwegs Oh Shit Ich wollte die Folge beenden Dann sage ich mal Tschüss und Ciao Bis zum nächsten Mal bei Frostpunk Tschüss Ciao Bye Bye Tschüss Tschüss